Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Greenbike Shop Video Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Nexus 7 Gang Schaltung einstellen könnt. Dazu schaltet erst einmal hier in den vierten Gang. Dann könnt ihr über diese Verstellschraube die Schaltung einstellen. Um dann zu gucken, in welche Richtung ihr drehen sollt und ob ihr richtig dreht, müsst ihr das Rad erst einmal auf den Kopf stellen. Ja, nun müsst ihr schauen, dass die beiden gelben Markierungen hier in einer Flucht liegen. Das kriegt ihr hin, indem ihr oben an der Verstellschraube dreht, bis eben dieses Ergebnis hier zu sehen ist. Und fertig ist dann die Nexus 7 Gang Schaltung eingestellt.